Plan 1. Bauprodukte finden, vergleichen, planen. Möchten Sie noch mehr über ein Produkt erfahren, dann klicken Sie die Produktkachel an. Um es übersichtlicher zu gestalten, kann die Filterleiste ausgeblendet werden. Die Produktseite bietet Ihnen alle verfügbaren Informationen. Neben Bildern, Videos und dem Kontaktformular zum Hersteller auch die Produkt- und technischen Informationen. Außerdem stehen Ihnen eine Menge weiterer Daten zum Download zur Verfügung, wie BIM- und CAD-Daten, Broschüren, Zertifikate und Ausschreibungstexte. Des Weiteren können Sie sich automatisch einen Produktvergleich generieren oder ähnliche Produkte vorschlagen lassen. Untertitelung des ZDF, 2020